Urdhva Baddha-Hasta-Surya-Yantrasana ist eine Variation von Surya-Yantrasana, also der Sonnenuhr. Das Bein wird nach oben gegeben, hinter den Kopf, bei gestrecktem Bein oder neben dem Kopf. Und du hast hier die Hände gefaltet, deshalb Baddha-Hasta. Und Urdhva auch, die Arme sind gefaltet oder die Hände sind gefaltet und nach oben ausgerichtet. Diese Stellung ist Sonnenuhr. Wenn du eine Sonnenuhr kennst, dann verstehst du, warum sie so heißt. Diese Stellung entwickelt vorwärtsbeugende Flexibilität, wie auch eine gute Massage in den Bauchorganen und hilft dir, Körperbeherrschung zu entwickeln und auch die Energien der Wirbelsäule zu aktivieren.